Am 26.04.2018 steigt die wilde Party. Von was ist überhaupt die Rede? Natürlich von Avengers Infinity War. Herzlich Willkommen zu den Top-Bösewichten im Marvel Cinematic Universe. Helden wären ja zu easy. Und bleibt bis zum Schluss dran, da gibt es nämlich ein Gewinnspiel und viel Spaß dabei. Beginnen wir mit Platz 15 und den belegt erstmal der Bösewicht Baron von Struka. Wer ist denn überhaupt der Baron? Er war ein wichtiges Mitglied von Hydra und besitzt das Scepter von Loki. Er hat mit den Scepter Versuch am Menschen durchgeführt. Die einzig Überlebenden waren die beiden Zwillinge Petro und Wanda Maximoff. Auf Platz 14 finden wir den Antagonisten Ego. Wer ist er? Natürlich aus Guardians of the Galaxy Volume 2 bekannt. Er ist ein Celestial und außerdem Peter Quills Vater. Wenn wir schon bei Guardians of the Galaxy Volume 2 sind, also generell im Guardians Universum, dann gehört auf Platz 13 natürlich Nebula. Nebula ist zusammen mit Gamora eine der zwei adoptierten Töchter des intergalaktischen Kriegsfürsten Thanos. Sie diente als die rechte Frau von Ronan, der Ankläger, um für ihren Vater an den Orb zu gelangen. Auf Platz 12 ist Helmut Zemo. Der wird der Verkörper von Daniel Brühl und ist ein Gegenspieler in Civil War gegen Captain America und die Avengers. Und da kann man auch dazu sagen, Helmut Zemo war ein ehemaliger Söldner, der mit seiner Familie in der Nähe von Sokovia lebte. Seine ganze Familie starb während des Kampfes und seitdem sind hier auf Rache an den Avengers. Auf Platz 11 ist nämlich der Winter Soldier oder ja bekannt als Bucky Barnes, der eine Gehirnwäsche bekommen hat von der Hydra und der ja ein sehr guter Kumpel von Captain America ist. Und ich finde, weil er ja eigentlich ein Held ist und er ja kein Bösewicht, aber trotzdem das super verkörpert hat, ist er halt nur auf Platz 11. Der Asenprinz von Asgard, der Gott der List, von wem ist überhaupt die Sprache und natürlich von Loki. Er ist der Bruder von Thor und der Sohn von Odin. Leider konnte er in dem Film Avengers überhaupt nicht gegen sie antreten. Er hatte keine Chance gegen Hulk und den Rest und deswegen nur auf Platz 10. Platz 9 belegt Ronin, der Ankläger. Er war ein sadistisches, dogmatisches Bitly der Kree, der eine starke, maßgebliche Stellung im Militär seiner Rasse hielt. Während des Kree-Nova-Krieges entwickelte er ein starkes Gefühl von Hass und Abstoß gegen Sander und seine Kultur. Ja, aber man kennt ihn natürlich aus Guardians und er war halt ein Gehilfe von Thanos, um an einen der empfindlichen Steine zu bekommen. Er versuchte an den Power Stone zu gelangen, wurde jedoch von den Guardians daran gehindert und getötet. Kai Zilius ist ein dunkler Magier und Dr. Strange, ein ehemaliges Mitglied, der Meister der mystischen Künste und halt ein Zauberer. Er war von The Ancient One enttäuscht, als sie ihm nicht erlaubt, andere Dimensionen auf die Erde zu kommen, denn er glaubte dadurch, sich mit seiner verstorbenen Frau und seinen Sohn wieder vereinen zu können. Auf Platz 7 ist Dr. Dagon Cross, alias Jello Jacket, der Widersacher gegen Ant-Man und der sich mit einem modifizierten Anzug den Jello Jacket nämlich weiterentwickelt hatte und gegen ihn antrete. Wer Thor Ragnarok gesehen hat oder mein letztes Video, der weiß, dass Hela die Gott des Todes ist oder halt auch Bruder, ähm, oder auch die Schwester von natürlich Thor und Loki oder halt die Tochter von Odin. Auf Platz 5 haben wir Olicious Klaue, er ist ein Niederländer, geboren als Waffenhändler und berühmter Forscher, der in Afrika war, um Vibranien zu suchen, also in Wakanda. Wer natürlich Black Panther gesehen hat, der weiß natürlich, oder Civil War vorher, ah, und wird verkörpert ja von Andy Serkos und ich muss sagen, richtig gut, dieser Charakter ist einfach nur der Hammer. In der Vergangenheit hatte er bereits mit Tony Stark zu tun, als dieser noch im Waffengeschäft tätig war. Deswegen ist er auf Platz 5. Auf Platz 4 erscheint der Bösewicht, sich Red Skull, auch eher genannt als Johann Schmidt, ist der Widersacher von Captain America während des Zweiten Weltkrieges. Außerdem ist er der Führer der Hydra, Soldaten, die nach dem Tesserakt und seiner Macht streben. So, nun Leute, jetzt kommen wir unter die heißen Top 3, nämlich mit den Killmonger. Er sagte ja an Black Panther, was willst du? Ich will den Thron. Black Panther und Erik Killmonger. And Jadaka ist ein wakandischer Krieger, der Jahre, nachdem er von T'Shaka mit seiner Familie verbannt wurde, unter den Namen Erik Killmonger zurückgekehrt, um sich an T'Shalla zu rechnen, um ihn zu entthronen. Was ihn dazu bringt, sich mit einem Ulysses Klois zu verbünden. Er hat wie in den Comics einen goldenen Vibranium-Anzug. Auf Platz 2 ist der Roboter Ultron, der natürlich in Avengers 2 Age of Ultron vorkam. Er ist eine von Tony Stark künstlich erschafften Intelligenz mit einer eigenen Persönlichkeit. Sein Protokoll schrieb ihm vor, die Welt vor Bedrohung zu schützen. Ultron selbst interpretierte seine Mission jedoch so, dass er nur einen einzigen Weg sah, Weltfrieden zu schaffen. Dies war die Auslösung der Avengers und die Vernichtung der Menschheit, um die Welt von Chaos zu befreien. Auf Platz 1 ist natürlich der Titan Thanos, der Anführer der Chitauri und der Chitauri-Cyborg-Drachen. Er sammelt die Infinity-Steine, um mehr Macht zu erhalten. Aber auch ohne die Steine gilt er als eines der mächtigsten Wesen im Universum. So, das waren die 15 Top-Bösewichte im Marvel Cinematic Universe. Ja Leute, das war auf jeden Fall jetzt mal eben eine kleine Übersicht, was überhaupt die Top-Bösewichte im Marvel Cinematic Universe ist. Jetzt habt ihr nämlich gefragt, nämlich die Frage an mich, an euch und von Disney ist, was sind denn eure Lieblingsbösewichte? Und das könnt ihr nämlich jetzt gewinnen. Zu gewinnen gibt es erstmal ein cooles Avengers Cap, dazu ein A1-gefaltetes Poster und ein cooles T-Shirt mit den ganzen Infinity-Steinen drauf. Ja, ich würde mal sagen, das sind wieder geile Preise. Das ist nämlich jetzt erstmal fern von meiner Road to 1000 Abo-Special-Gewinnspiel-Verlosung. Die ist nochmal hier der Link. Wenn ihr mitmachen wollt, das sieht ja sehr gut aus. Aber Werbung vorbei. Wir werden erstmal jetzt hier das verlosen. Ihr müsst natürlich erstmal mir in die Kommentare reinschreiben, was ist denn euer Lieblingsbösewicht, natürlich. Klar, Abonnent sein auf diesem Kanal, das Video liken und am besten natürlich auch mit euren Freunden auch teilen. Das wäre natürlich super. Und da würde ich euch natürlich auch sagen, viel Spaß im Kino. Ich werde mir Freitag angucken, einen schönen Dolby Atmos mit Lasershow in Bremen. Und die Reviews startet dann bei mir auf diesem Kanal am Samstag. Also vormerken, dann gibt es nochmal ein Fun-Fact-Video zu den ganzen Avengers. Alles geplant und was bisher geschah bei der Avengers, das seht ihr alles die nächsten Tage auf diesem Kanal. Also vergesst nicht zu abonnieren. Und ich würde sagen, Leute, bis denn und schon, Ben!